Und ein herzliches Willkommen bei der nächsten Folge von Coral Island. Ich hocke jetzt gerade wieder, weil das Stehen wird anstrengend. Gut, ja, wir haben wieder so eine Firma, die ich hier alles ausnehmen will. Wieder richtig gut. Wie bist du denn? Sieht so aus, als würde Bonbon seinen Tag genießen. Ja, Bonbon. Bisschen süßer, Bonbon. Okay, wir schauen da mal kurz rein. Ich glaube nicht, dass ich die Blumen hier verkaufen kann und dass ich hier Gewinn raushole. Einkaufen. Ich kriege nur zehn dafür. Aber ich brauche nur noch eine Sache. Dann könnte ich mir den Rucksack leisten. Ich brauche eine Sache. Rucksack. Ich will Rucksack. Wo ging es hier nochmal zum Strand? Und ich hoffe, meine Tastatur hört man nicht so laut. So, hier. Es gibt sicher Muscheln und sowas. Kann ich den kaputt hauen? Ja, tatsächlich. Okay, nehme ich mit. Aber gibt es hier irgendwas Muschelmäßiges, was ich verkaufen kann? Ja, hier. Das sollte doch reichen, oder? Okay. Sie lest ihr Buch hier. Das weiß ich jetzt mittlerweile auch. Bisschen Müll mitnehmen. Kann ich eigentlich schwimmen? Ich kann hier mal gehen. Okay, ich kann hier einfach rum. Okay. Ich bin das halt nicht gewöhnt von Stardew Valley und so. Okay. Gleich hier ein bisschen aufräumen. So. Am besten den Strand hier. Komm. Alles mitnehmen. Okay. Wer bist du dann? Oh. Sieht irgendwie gewalttätig aus. Du bist der Neuankömmling. Was? Lass mich in Ruhe und ich lass dich in Ruhe. Reingefallen. Okay. Du siehst mir, mir im Weg. Du stehst mir im Weg. Nein. Im Ernst. Du stehst mir im Weg. Okay. Okay. Du stehst mir im Weg. Boah. Gleich gewalttätig werden hier. Ich muss schnell noch in den Laden. Bürgermeister verschwind. Nein. Nein. Er hat um 17 Uhr schon geschlossen. Nein. Mist. Mist. Wie geht's dir? Ja. Schön. Mist. Was ist das hier? Ah. Das war der Friseur. Es gibt doch hier auch einen Klamottenladen. Irgendwo. Ach. Das war ja gleich hier. Okay. Was ist das? Ah. Wilde Samen. Die gehe ich gleich einraumen. Hm. Wer bist du? Irgendwann, dass ich mit jedem mal geredet habe. Ich heiße Redi. Ich bin Grundschullehrer. Wie war dein Name nochmal? Ja. Lukas. Schön, dich kennenzulernen. Ja. Freut mich. Gut. Ja. Dann haben wir wieder ein bisschen was geschafft. In der letzten Folge hatten wir den Aufstand der Bürger. Dann verkaufe ich jetzt das ein bisschen und die Zufallsaat pflanze ich gleich ein. Okay. Ja, ich kann die auch direkt hier einpflanzen. Weil ich da ja was kaputt gemacht habe. So. Hier. Das packe ich da rein. Ah. Müll behalte ich. Ja. Steine mal. Nur für den Preis. Äh. Gut. So. Baumhällen. Ah. Ich sollte da ein bisschen aufpassen wegen der Energie. Weil die geht da oben relativ schnell weg. Ich hoffe, morgens sind die Pflanzen fertig. Okay. So. Gut. Hier ein paar Fasern weg. Da ein bisschen Müll weg. Bisschen Stein. Ganz gemütlich. Das muss auch sein. So. Entspannt. Und schön. Bisschen Cola. Stein. Hier. Ist das fein? Mit Stein. So. Okay. Hier, dass wir ein bisschen runter können. Okay. 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 Noch ein bisschen Stein sammeln. Und den lagern wir auch gleich ein. Weil werden wir hundertprozentig brauchen. Schöner Stein mit ein bisschen Cola. So muss es sein. Warum kill ich jetzt auch mit? Du bist. Oh. Muss aufpassen. Das ist nicht noch ausgegangen. Okay. Dann gehen wir noch zur Kiste. Und legen. Ich glaube, wir brauchen momentan alles. Okay. Und dann ist wieder ein Tag um. Wetterbericht mal gucken. Wetterbericht. Ja. Sonnig wird es morgen. Okay. Zu Bett gehen. Das heißt, wir brauchen jetzt nicht planen. Ja. Wir haben es. Wir haben genug Geld. Für die Tasche. Und wen haben wir denn da? Oh Gott. Siehst du schlimm aus? Du hast mal eine Begegnung mit einer Wildkatze, oder? Ja, guten Morgen. Ich bin Marc. Du bist neu auf der Farm. Ich weiß. Ich bin hier, um dir ein paar Dinge zu sagen. Okay. Okay, Digga. Die Mine in Nordwesten hat jetzt geöffnet. Oh Gott. Es wird spannend. Leute, es wird spannend. gleich hinter dem Wald. Aber jetzt, er hat Narben. Heißt das, hier gibt es... Kann ich... Kann ich hier auch kämpfen? So wie in Stardew Valley? Und was für Gegner sind da drin? Wenn du Check-Rach-Range siehst, kannst du links abbiegen und dem Pfad folgen. Ja, ich weiß schon. Oh, ich habe instant was gedrückt. Das ist... Sie war geschlossen und wird jetzt wieder geöffnet. Okay. Hast du... Hast du das verstanden? Ja. Der Bund des Lächelns hat die obersten Ebenen der Höhle gesäubert. Okay. Geh nur nicht zu tief rein, dann... Deine Hacke wird dir da nicht helfen. Es gibt Feinde? Gibt es so schleimis? Monster. Oh, das ist gefährlich. Oh, es wird gefährlich. Das war's. Wenn du mehr wissen möchtest, sprich mit Kria. Ich bin hier fertig. Oh. Zeitverschwendung. Digga, was hat der? Nee. Neue Quest. Gehe zur... zur Strandhütze. Frag eine B... Fertig, eine Vogelscheuche. Kann ich das überhaupt? Da ist eine Vogelscheuche. Könnte ich... Könnte ich gar nicht bauen. Okay. Jetzt haben wir schon ein paar Leute kennengelernt, aber es sind immer noch ein paar. Uiuiui. Oh, und hat nicht er Geburtstag heute? Habe ich hier einen Kalender? Äh... Äh... Ja... Okay. Ich kann jetzt hier noch Tiere kennenlernen. Was ist das? Das ist so eine Eidechse. Monster. Sind das Schleimis? Das sehen aus wie Schleimis. Äh... Ich... Ich will... Ich will da rein. Ernten. Okay, ich kann die Mission abgeben. Oh, ich kann hier alles ernten. Ja. Let's go. Nehme ich gerne. Okay. Okay, äh... Wir geben mal die Blume ab. Obwohl, die Mission wird jetzt nicht mehr angezeigt. Ist die noch gültig? Nehme ich. Ja, okay. Ja. Bist du hier zufällig draußen? Nein. Okay. Hm. Hier ist noch die Blume. Ich nehme. Blume. Schön. Äh... Hm. Hier, Blume. Nehmen. Hallo, mein Freund. Bist du eine Blume? Ich gebe ihm... Ich gebe ihm mal... Ich weiß, wir sollten gegen den Plan von Kugelfisch für diese Insel sein. Aber wenn sie anbieten, das Oberspferdtorium zu renovieren und das Doc bin ich mir nicht sicher, was ich tun soll. Okay. Geben? Ja. Ich weiß, dass du sch... 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 Schätzen. Ich weiß, dass du schätzen. Ach, das jetzt funktioniert? Mag er das? Oh. Äh, hier. Ich schaue noch ganz kurz mal. Okay. Geschlossen. Belohnung. Lass uns Landwirtschaft lernen. Okay. Ich habe die Mission nicht mehr. Die ist wahrscheinlich abgelaufen. Aber ich gehe mal davon aus, dass ihr das gefällt. Das Geschenk. Sind sie sicher, Lukas? Jetzt geht sie einfach. Okay. Dann... Ab zum... Käfig, würde ich sagen. Zum Cave. What? Map? Nein, das war schon richtig hier. Okay. Okay. Hm, 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 hm. Oh, Zufallshart. Okay. Hm, 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 hm. Und eine Frage an euch. Soll ich das im Livestream spielen? Wenn ich spiele, dass ich mit euch spiele? Im Livestream? Ich frage mal. Schreib es unten in die Kommentare. Oh. Spannend. Erdbeben tot. Zurück, komm zurück. Hey du, hey du, Schwächling, komm zurück. Hä? Schwächling? Bleib weg von dem Monst... Hä? Moment mal, wo sind die Monster? Ja, was? Kira, nun, Mark und ich haben gerade die oberste Ebene geräumt. Aber diese Beben, hm, das bedeutet, hat direkt stattgefunden, nachdem du reingekommen bist. Nicht wahr? Ja. Hm, hm, links, rechts, oben, unten. Es gibt einen alten Mythos über bestimmte Flüche, die auf Ankomlinge reagieren, aber das kann warten. Mein Name ist Kira, ich nehme an, dir gehört die Farm. Ja? Da du von der Farm kommst, bist du wahrscheinlich, um etwas abzubauen. Ja, wenn das so ist, ist derzeit nur der Erdschatz zugänglich. Der Aufzug dort dürfen funktionieren, aber nur bis zum ersten Stock. Okay. Also hier. Von dort aus musst du zu Fuß weiter. Wenn du tief genug hinabsteigst, kannst du den Zugang zu den anderen Etagen wiederherstellen. Du bist hier definitiv richtig, um nach Erz und Edelsteinen zu suchen. In diesen Höhlen gibt es jede Menge davon, aber vergiss die Monster nicht. Ja, ich habe kein Schwert. Oder eine Axt oder eine Axt oder so. Doch, die Axt könnte ich verwenden. Ja, Schwert. Nimm dieses Schwert. Du brauchst etwas, um dich zu verteidigen zu können. Ja. Danke. Es ist ein langer Abstieg, also geh lieber sicher, dass du gut ausgerüstet bist. Sei vorsichtig da unten. Viel Glück. Okay. Hm. Erreiche Level 5. Okay. Wo ist mein Schwert? Inventar? Okay. Gibt es irgendwelche... Okay. Ebene 1. Okay. Wo sind die Monster? Wie weiß ich, wie es runter geht? Muss ich hier zuerst abbauen? Sieht aus wie Gold am Boden. Kann ich das mit der Schippe? Okay, das geht nicht. Hier ist das Kupfer. Da war nur ein Stein drin. Okay. Stein. Hat das jetzt ja auch wieder mit Glück zu tun? Wie es hier abwärts geht. Kann ich hier irgendwas machen? Das ist Holz. Wie geht es hier weiter? Aha. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Hinuntersteigen? Okay. Sie hat hier gesagt, der Anfang ist, glaube ich, einfach, oder? Das heißt, hier sind noch keine... Hier geht es direkt abwärts. Aber mal schauen. Da ist Schleim... Irgendwas? Was seid ihr? Aliens? Attacke! Ah! 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 Okay. Zufallsaat. Das ist gut. Dann würde ich gleich weiter nach unten gehen. Oder? Hier, die Kisten. So. Weiter nach unten. Was ist das denn? Das ist aber eine... Hä? Ist das ein Kostüm? Okay. Nein. Okay. Ah, hier. Hier. Hier geht's abwärts Oh Wie viel Leben habe ich denn? Okay Okay Easy Oh, hier ist Kupfererz Das Vieh kann er durchgehen? Wieso kann das da durchgehen? Hier war doch noch irgendetwas da Die können da einfach durchgehen Das ist ja unfair Und was sind das? Das sind doch keine Raupen Okay Ah, ich bin voll Was ist denn unwichtig? Ich lege mal die Blume weg Monster Essence ist glaube ich wertvoller Und ich nehme das Kupfer auf jeden Fall mit So Ah ja, ich bin hier voll Okay, Inventar Schleim packe ich mal weg Okay Wie schnell bin ich hier wieder draußen? Das ist auch so eine Frage Okay, das ist hier riesig Uiuiui Äh Von hinten Nein So Ah Raupis töten Das wird violetter Stein Okay Okay Da ist ordentlich was drin So Nehme ich Alles mitnehmen Ich bin gerade voll konzentriert Weil Ich will töten Ich will weiter runter Sehe ich hier auch Welche Stufe ich bin Hm Ich muss runter Ich glaube Kohle ist auch wichtig Okay Entweder ich komme jetzt gleich runter Oder ich habe gerade ein Problem Habe ich irgendwas was Energie bringt? Okay Sieben Ein bisschen Komm Ich will nur Nur noch eins runter Vielleicht Da ist wieder irgendwas Neues Ei Hier ist permanent irgendwas Richtig cooles Und Ja Gras Ist jetzt unwichtig Geode Ja Das ist halt wichtig Ich brauche auch Platz Unbedingt Kannst du das nicht essen? Ah So geht's So So Wie spät ist das denn? Oh es ist schon 20 Uhr Uiuiui Äh Ja Dann Digger ey Mach weiter Wo ist hier der Ausgang So So Hier vielleicht Ja 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 ich habe es geschafft Ist hier noch irgendetwas Tolles Was ich mitnehmen kann Da Komm her Kleiner Was ist das jetzt schon wieder? Ich will das Äh Ja Kohle Komm Kohle Seidenfell Okay Das glaube ich Nicht so Wichtig Aber Kupfer Auf jeden Fall So Okay 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 Geht sich gut aus Ab nach oben Äh Erster Stock Na wie komme ich hier raus? Auswählen Eingang Achso Eingang Ist ja logisch Okay Dann haben wir das jetzt auch mal gemacht Lol Spannend Okay Jetzt können wir Mine auch erforschen Das mega Und Leute Ich würde sagen Das war es wieder für diese Folge Vielen Dank fürs Zusehen Lasst ein Like und ein Abo da Dass ihr ja keine weiteren Folgen mehr verpasst Hab euch lieb Und wir sehen uns In der nächsten Folge wieder Hab euch lieb Ciao 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 Ciao